Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht. So wie ich das verstehe, versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Ich sehe hier kein Armageddon. Nein. Etwas Schlimmeres. Ich nehme an, Sie haben mein Interesse an einem gewissen russischen Staatsbürger. Wieso haben Sie mich hergebracht? Wollen Sie das wirklich wissen? Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen. Nein. Inversion. Zielen und dann abdrücken. Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Wow. Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten. Ihr Auftrag geht über nationale Interessen hinaus. Hier geht es ums Überleben. Ziemlich kühn. Mit kühn komme ich klar. Ich dachte, Sie sagen verrückt. Unsere Welten prallen zusammen. Wie würden Sie gern sterben? Alt. Sie haben den vollsten Beruf gewählt. Was ist denn hier passiert? Es ist noch nicht passiert. Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Los, schnell! Die Tenet brauchen. Wir müssen sie retten. Hier und jetzt. Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist? Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Aber nicht vom Himmel. Seien Sie nicht so dramatisch. Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch. Wie groß ist. Wie groß ist ich? Die Zeitfluss umgekehrt wird,